Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minicraft Hexed Empire nach dem epischen Livestream-Wochenende. Mit dabei haben wir heute den Dani aus Stadt 2. Hallo. Selber Fabi. Und den Schwerbärt aus meiner Stadt. Und der ist mega-gay. Shit, ich hab mich gerade... Nein, hab ich nicht. Doch, ich hab mich eingesperrt. Mein Flugstab ist einfach kaputt und ich hab keine Electric Essenzen dabei. Hey, wo bist du? Im Enchantment-Table. Hey, im Enchantment-Table geht doch ein Weg raus, hinter dir. Stimmt. Ich bist so genius. Egal. Egal. Hallo, ich kenn mich in eurem Enchantment-Table mittlerweile besser aus als du. Ja, also so kleine Run-News, außer dass unser Haus jetzt ein echtes Dach hat. Und... Ich war gerade in Stadt 2 und... Ja, Moment. Und Stadt 2 ist so ein bisschen umgebaut worden. Umgebaut ist das richtige Wort. Das heißt... Alter, das wird richtig fett, ey. Das heißt im Klartext halt die Klappe, Fabi. Du bist nicht in der Aufnahme, okay? Merk dir das. Du bist hier kein Gast. Ne, Quatsch. Ähm... Stab 2 wurde so ein bisschen umgebaut. Und zwar haben die da so ein paar dekorative Rift-Türen platziert. Dekorativ muss man hinzufügen. Und so ein paar Sprenglöcher in die Landschaft eingefügt. Und mit anderen Worten, die komplette Stadt 2, außer Evokanz, hat kein Bock mehr auf ihre Stadt, hat die Stadt kaputt gemacht und ist ausgezogen. Fabi hat sie kaputt gemacht. Fabi hat sich jetzt ein eigenes Haus gesucht. Ey, ihr habt die Meteoren da reingeschmissen. Ja, wir haben Meteoren in ihre Stadt abschalten lassen. Und Dani hat sich jetzt ein eigenes Haus gesucht, Evokanz. Wissen wir nicht, was der macht. Und Zufram spielt sowieso nicht, irgendwie. Also von dem her... Das ist tot. Jawoll. Und unsere Stadt ist immer wie Sau und wir sind geil. Weil wir... Produktiv sind. Ihr seid nicht produktiv. Alter, ihr habt eine Stadt, wo alle aufnehmen und was machen und sich irgendwie einsetzen. Außer Kast. Und wir haben drei Leute in der Stadt. Na, im Prinzip wäre unsere Stadt genauso schlecht wie eure, wenn nicht Schmer und ich die ganze Zeit am streamen wären. Ja. Weil wir machen halt was aktiv für die Stadt. Ich mach überhaupt nicht. Tun ihn mal auf. Na, auf jeden Fall ist die Stadt jetzt so ein bisschen anders. Und ich glaub, wir verstecken Dani jetzt einfach in unserem Keller. Und der lebt da jetzt. Ich hab ne Villa. Inoffiziell. Apropos, zeig mir doch mal deine Villa, mein Schatz. Ja, du musst erst mal ein bisschen fliegen. Schmer zeigst du ihm den Weg. Schmer hat einen Spiegel dahin. Ich hab nen Spiegel. Ich hab nen Spiegel. Schmer hat nen Spiegel dahin. Dann gib mir den Spiegel kurz, dann sech dich nen Arsch. Ich bin selbst irgendwo am Arsch der Welt. Ja dann komm halt mit dem Stadtspiegel kurz zurück. Dann kurz den Turm noch machen. Ohhhh. Okay, sag den Koordinaten. Äh, 3200, äh ne warte. Moment, um das richtig zu sagen. Nicht wie du in deiner Folge. Minus 2370. Ja. Warte, ich schreib's dir einfach in den Chat, alter. Yeah. Minus 2370. Ja. Und... 4600. Oh, ich hab einen angeguckt. Ich hab einen angeguckt. Ja, ich bringe hier einfach in den Spiegel durch. Ja, ich bin schon losgeflogen. Ja, es ist nicht ganz so weit weg, aber es ist halt ein kleiner Weg. Ohhhh. Ich wäre fast verreckt. Ja, Schmer, sag mal, wenn du da bist. Dann geh ich jetzt in der Zeit noch kurz in unseren... Ja, Schmer war schon hier. Der hatte halt auf dem Spiegel. Ja, ich sag ja. Ich gehe zu Dani hin mit meinem Premiumspiegel hier, der Dani Herz heißt. Ahhhh. Und dann... Dann hol ich meinen... Oh mein Gott, in unserer Stadt ist ein Feind. In unserer Stadt ist ein Feind. Ey, zick dich, verpiss dich. Oh, schmer. Alter, verpiss dich, Brian, du Homo. Ich muss mich bei ihm unterstellen und zu meiner Stadt. Ja, mach mal. Brian, verpiss dich, du kleiner Homo-Sohn. Ja. Ich hab eure Stadt mit aufgebaut, ja. Moment, ich hab einen ganzen Platz. Scheiße hast du getan. Nein. Boah, kannst Schmer wegfahren. Schmer, hat er unsere Stadt aufgebaut? Nein. Ich hab den Spawner mitgeholfen, ja. 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 Nein, mob mich nicht, nein, mob mich nicht, nein, mob mich nicht. Ich will nicht gemobbt werden. Ja. Sonst setze ich hier Rifts hin. Ich warne dich. Schmer, was machst du? Vor was warnst du mich denn, hm? Vor was warnst du mich? Vor was warnst du mich? Irgendwann war Rifts. Ja, und dann verpiss dich, du kleiner Homo. Ah, auf deine Hände. Sorry, ich muss auf. Leck mich. Ey, das ist so ein Spaß. Jedes Mal, wenn ich ihn klatschen will, haute einfach ab. Ja, tschüss. Dabei hätte ich ihn dieses Mal nicht mal geklatscht. Sondern einfach nur bis auf ein Herz runtergeprügelt. Ja, und dann wäre ich verbrannt. Ja. Zack, 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 fast. Ja, Schmer, sag mal, wenn du in der Stadt bist. Ich fahr mit Speleville. Oh, nein. Oh, nein. Was ist denn los? Ich hab grad irgendeinen Spiegel von mir, der irgendwo wichtig war. Für irgendwas. Ich hab Spendens. Hab ich grad rausgenommen. Brain, du Homo. Ich schuld gleich meine Rüstung, dann bist du eh tot. Brain, komm mal, man. Ja, leck mich doch. Schmer, wenn du mich angreifst, klatschen wir ihn dann. Ja, doch mal. Ich klatsch mir auch so. Brain. Ich bin in der Level-Fahrung. Ich hab Chi. Ja, wer ganz gerne zu seinem Haus kommt. Ja, okay, okay, okay. Okay. Oh, ich kann ja schon. Ich kann ja schon. Brain kommt, was ab. Yes. Brain kommt, äh, Brain kommt, ja. Brain kommt, ja. Brain kommt, ja. Dann kommt in Aufnahme, wo es ab. Äh, Gott, mein Etage ist wieder voll mit irgendeiner Scheiße. Dann geh ich schon mal in meinen Raum und dann einfach die Summoner an die Wand. Ja, ich stehe immer bei den Kissen. Pass auf, dass du sie nicht beschwörst. Den ganzen. Ich hab einen Withers-Gelett-Schädel übrigens. Ja, wow, die haben drei Milliarden in ihrer Farm. Ja, und? Aber der ist hübsch. So. Dann setz ihn dir auf. Die Negrotic Borns pack ich auch mal weg und die Skeletts-Borner, da, den Quatsch pack ich auch mal weg, die Kohle pack ich auch weg. Und einen Withers-Gelett-Schädel. Server-Sand-Gradio. Ja, das ist ein beleidigter Atmen. Ne, das war nicht der Atmen, das war der Server, siehst du doch. Ja, tut mir leid. Ja, tut mir leid, Server. Ja, tut mir leid, Server. Ja, jetzt kommt er wieder angekrochen, ne, wenn er keine Angst mehr zu haben braucht. Dann kommt er wieder angekrochen. So. Da ging ich nie. Da ging ich eh, weil ich nichts zu essen habe. Warte, ich... Ähm, ich komm mal eben, schlaft's mal von Leid an mir. Ui. Okay. Rain, hinter dir? Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh ja, oh ja. Komm mal eben mit. Ich hab ihn unten in die Truhe gelegt. Ich bin grad noch ein bisschen am Einräumen und sortieren. Brian, du bist voll low. What the fuck, Junge? Wo ist dein Problem? Ja, Schmer hat ein bisschen übertrieben. Schmer, wenn du möchtest, darfst du durch meine Kisten durchgucken und den ganzen Quatsch, den du nicht brauchst, da einsortieren von diesen ganzen Schwertern und so weiter. Oh, das war ne Skyrüstung. Junge, das war schwer, du hast doch Probleme. Du mein Kopf längs ab. Ja. Überkompensation. Mehrwert hat bestimmt schon irgendwie, keine Ahnung, einen Monat gestrugt. Ja, insgesamt, weißt du. Jetzt sind wir bei der Arnie. Oh, er ist halt beinahe. Oh, hi. Hi, ihr beiden. Brain, du stehst auf die unsichtbaren, durchgängigen Blöcken. Wie schaffst du das? Oh, so. Weiß ich nicht. Ach so, du stehst auf der Ecke. Okay, hi. Hi übrigens, hi. Dann kann ich mehr so einen Spiegel zurückwerfen. Ich brauch auch ne Koin. Herr Balzen-Spiegel, ich hab noch zwei. Ja, ich hab auch zwei und die reichen für mich. Den sollst du wieder. Alter, ich will den Schein-Spiegel, ich hab so viele einfach. Ja, egal. Dann geb ihn mir, dann pack ich ihn in den Ruck. Deshalb ich ihn. Ja, die kann so ganz beheißen. Gebrill dich. Ich bring dich um, ja. So. Jetzt hab ich noch einen Spiegel. Ähm. Was hast du denn auf deiner Rüstung, Dani? Ähm. Unbreaking 3 und Soul Tether. Auf der Brustplatte hab ich noch Protection 3 auf der Hose auch. Okay. Na dann. Ähm. Ich wollte Level-Farm jetzt. Du bist mein Chaos-Kram. Ray, deine Reactions so geil. Hä? Wie, meine Reactions? Als ich rumgesehen hast. Wieso? Und ich bin dann jetzt, ähm, auch aus dem Dings raus. Ich hab jetzt an Arbeit für was zu bringen. Was? Bis die Tage. Ja? Was? Ja, bis die Tage. Ich bin dann auch weg. Ich muss auch noch was machen. Sag mal, wollt ihr mich dumm ficken? Ich nehm auf und ihr verbisst euch einfach. Nein, sobald du die Aufnahme gestoppt hast. Dann machst du mein Thumbnail, hab ich gehört. Du bist ein netter Junge. Weck dich. Oh, der Schwarz weiß. Ciao. Tschüss. Ich greife jetzt zu eurem Stadt, ne? Dani, kommst du mal kurz? Ich hab grad mal los, zu zweit gegen eins zu kämpfen. Das ist low. Das ist mir egal. Wenn mir was zu essen gibst. Ja, mach ich. Low, low, low. Scheiß auf low. Ich werde euch auch beitöten. Ja, ist ja gut. Haben wir gehört. Ja, merke es dir. Merke es dir. Ja, ja. Ich hab Skill. Ja, und du hast Scale. Wir wissen's. Ne Skill hab ich irgendwie. So. Hab ich noch irgendwas, was ich nicht... Ja. Ja. Okay, warte. Oh, ich liebe diese Level-Farm. Ich komm kurz in eure Stadt. Ja, komm mal kurz in unsere Stadt. Ich hab mal was kurz zu tun. So, mit Fabi und so. Ja. Ja. Mit mir und so. Ich freu mich schon. Warte, ich komm mal so. Ja, was jetzt dumm ist, jetzt hockt der kleine Feigling irgendwo rum und greift mich an, wenn ich grad irgendwie im Enchantment Table bin oder so. Oh nein, jetzt weiß ich nicht wohin mit meinem Spiegelsack, weil... Ich bin noch gar nicht da, Junge. Ja. Tot bin. Wenn du herkommst, ne ich warne dich, wenn du mich angreifst... Brain, hast du hier, hast du hier ein Bett? Äh, ja. Wenn du mich angreifst, gibt's auch Krieg. Können wir mal kurz schlafen? Weiß ich nicht, hast du kurz Dirt im Inventar vielleicht? Ne, alles rausgelegt. Wir können ja nicht schlafen. Junge, wie viele Wizzerskelettschädel da einfach rumfliegen, wenn man... durch diesen Skelett-Dungeon, äh, Spawner durchlässt. Man, die ganzen Kisten sind schon voll mit dem Quatsch. Da hab ich teilweise auch mein Crap reingeworfen. Ja, ich werfe den da einfach immer rein und das noch in Living Metal Swords nehme ich mal mit. Mit Sharpness 3. Kann ich nicht mit Fabi nehmen. Warte, ich kann was richtig... Ich mach... Brain, ich zeig dir jetzt mal was, was ich mit Fabi machen kann. Was? Nein, 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 du sperrst mich nicht in Rift. Nicht dich! Oh, Alter, jetzt hast du so ausgeplaudert, du Hure. Ich hab auch ne Wurf Platement, ne? Ja toll, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil wenn ich farm gehe, dann kommt der wieder vorbei und meint, so zu tun, als hätte er Skill. Appel. Alter, Schmer hat hier so übertrieben. Ich weiß, das ist richtig geil. Vor allen Dingen hat er hier alle seine Rucksäcke drin, ne? Alter, Schmer hat doch... Alter, der hat keine Hobbys, ne? Der Junge. Ja, ich weiß. Der sitzt den ganzen Tag vorm Stream. Ach, Quatsch. Vor dem ultra leckenden Stream, den man sich nicht mal angucken kann, wenn er hochgeladen ist. Ne, das bist du, okay. Hi, bin ich. Wenn du möchtest, darfst du Wachposten stehen. Warte mal, ich möchte mal... Wie viel kostet denn das? Wie viele Level? Hm, was sollte ich... Was sollte ich machen? 24, hast du ein paar? Ich hab 21 Level gerade. Kommt eigentlich irgendjemand von euch auf? Ja, ich. Ja. Ich bin im Stream. Ja. Ihr hättet alle gewonnen. Was bringt Blythe aufm Bogen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Blythe ist. Okay. Oh! Hier seh ich die Spawneier von den Magma Cubes. Ja, ne? Haben Pauline davon. Alter, die Geschichte, ne? Die ist so weird. Wieso? Ich hab mich doch nur in Evokans Haus gestellten Pummers mit Cubes gefarmt. Ja, 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 ja. Der ist bei so teilweise abgebrannt. Ach, Quatsch. Ich hab's doch wieder aufgebaut. Ja, mit dem falschen Doll. Ich hatte das Richtige nicht mehr da. Habt ihr Levelflaschen? Ne, aber wir haben eine Mobfarm, wenn du möchtest, kannst du ein paar Level fahren. Wollt, was hab ich gesagt? 24, ne? Ach, guck mal, wer schon da ist. Alter, kennst du doch den Azimove? Weiß ich nicht, ich bin grad, ich hab grad Blindness. Nein. Okay, da hast du den Azimove jetzt nicht gesehen. Ja, ne, Rare Mopile. So, ich glaub das Tod. Ja. Hat ne Klebe gedroppt. Ey, ich glaub hier nicht meine Level, ja. Alter, da lagen noch viel mehr, ich brauch noch ein Level. Dann hab ich 24. Oh, wir müssen hier dringend ne Itemverbrennung reintun mal. Da ist doch eine hier. Wo denn? Hier, in der Kiste. Du legst es einfach rein, darunter ist ein Dispenser, der das immer in Lava wirft. Oh, wieso sagt man das keiner? Du kennst dich ja gut aus. Ja, ich war hier noch nicht so oft. Ich sammel einfach deinen ganzen Farming Crap auf, ne? Dankeschön. Bitteschön. Ich hab auch ein bisschen Farming Crap aufgesammelt. Ach ne. Voll am Stream, ne, offline. Hä, offline? Ja. Du weißt schon, was du eingeben musst, ne? Bitch.de slash Wuschelpinguin. Glaub ich doch. Wieso streamst du gerade? Ja. Krass. Ich stream gerade, damit ich auf den Server zocken kann. Oh nein, nicht wirklich. Oder mein, oh, mein Open Broadcast ist abgeschmiert. Das hab ich nicht bemerkt. Okay, warum nicht? Ähm. Keine Ahnung, wann der abgeschmiert ist. Ich hab, ich hab nicht, äh, beobachtet. Jetzt auch egal. Alles Sidekicks. Ja. Sidekicks. Sidekicks, ganz so nicht, ja? Sidekicks. Bei Chuck Norris waren das Roundhouse-Kicks. Habt ihr, Ray, nicht durchsucht deine Kisten nach was zu essen? Also ich hab hier ein immenses Essen-Problem. Ja, nimm dir was raus. Solange du nicht mein Steak Steaks claust. Ist mir das egal. Und Steak Steaks? Nein. Der ist weg. Nein, ich klau den nicht. Ach, Schmer hat gesagt, ah ne, Schmer das Essen-Kiss ist auch fast leer. Äh, Essens Rucksack besser gesagt. Hat einen großen Rucksack mit Essen, der ist fast leer. Da wich ja auch einfach nichts zu essen ist. Oh, jetzt leckt's langsam. Du darfst die Mob-Teile nicht offen lassen. Ja, ich hab sie auch zugemacht, aber es leckt trotzdem irgendwie. Das will ich auch nicht. Oh, ne, ne. Ja. Mach ich mir jetzt drei Brote. Drei Brote dürften schon reichen. Ich warte auf euch. Ja, wo bist du? In eure Stadt. Echt? Ja. Echt? Wo bist du? Ist wahrscheinlich gar nicht hier. Klar. Ja. Der verarscht ist einfach. Ja. Es ist sehr eiskalt. Warte auch dahinten, da steht einer an den Öfen. Ja, hi. Seht du mich hin? Ah doch, ich seh dich, hi. Wo ist denn der? Na, hier beim, bei dem großen Ofen. Ja. Welcher große? Ach so, da hinten. Bei der Smeltery. Ja. Bei der Smeltery. Du bist tot. Ja, mit allem Schlag, ne. Ist wirklich kaum was drinne. Ich glaub, ich muss Schmerma seine Steaks braten. Ist sie schwer, äh, also bring. Du hast Hartkanister. Ich, ich hab keine Hartkanister. Nee, nee, äh, Fabi. Okay, Fabi hat ein Hartkanister. Das ich nicht. Äh, 22 Hertz. Das hat man doch Hartkanister. Dann hat er wohl ein Hartkanister. Ah, eben. Wie craftet man die nochmal? Warte, ich kann gucken. Warte, ich kann gucken. Moment. Ja. Ein Moment. Nassig. Nassig. Fieber. Da, Hartkanister. Man braucht ein Necrotic Bone. Juwelt. Juwelt Apple, also so ein Diamantapfel. Ein Empty-Kanister und ein Miniatur Red Heart. Okay. Aber die Miniatur Red Heart weiß ich nicht, wo man die herkriegt, die kann man auch nicht craften. Der Juwel-Apfel ist einfach nur ein Apfel mit vier Diamant. Äh, Tropenmonster. Warte mal, wo waren denn die Necrotic Bones in welcher Kiste? Warum bist du vergiftet? Ach, weil er nicht vergiftet hat. In der Kiste bei der Mob-Farm, wo du gerade herkommst. Warte, das sind drei Bones. Okay, dann brauche ich Aluminium. Das hat Schmier, glaube ich, in irgendeinem... Ah. In irgendeinem Rucksack. Oh. Ja, Aluminium ist eigentlich noch das größte... Obwohl, ne, die Miniatur Heart sind das größte Problem. Die hab ich, aber wo... Hä? Wo ist denn der? Wie viele hast du? Drei oder so. Wow. Cool. Wo hat der denn das Aluminium hin? Keine Ahnung. Vielleicht gehst du im Haus? Äh, das ist logisch. Guck mal. Ja, mach mal. Ich seh hier kein Aluminium. Vielleicht hier? Nee. Ich such mal. Iron. Äh, Zeug... Ah, da sind zwei Miniatur Heartzen. Da, guck. Cool. Ähm, Red Meteor Gym, bla bla... Iron auch. Very, very sidekicks. Das ist auch Iron. Ich weiß, dass Schmier Alu hatte, aber... Der hat's wahrscheinlich in irgendeinem Rucksack. Ich hab, glaub ich, auch noch Alu. Ich muss gucken. Ah, da sind fünf Aluminium Ingots. Okay, und was brauch ich dann noch? Hä, wie kriegt man die Ingots? Ja, Alu abbauend. Ich hab nur... Ich hab nur Raw Aluminium. Du brauchst einen Diamantapfel. Ja, wow, der Diamantapfel ist ja nicht schwierig zu machen. Wir haben ja alle Äpfel und Diamanten. Ich brauch aber noch mehr Alu. Ich brauch noch drei Alu. Ähm, dann Diamanten. Wo sind denn meine Dias? Du machst mir doch bestimmt einen mit, oder? Nö. Wo sind meine Dias? Rawbert hat Alu. Äh, ich weiß schon. Wer hat mir auch welche gegeben? Ich hab zu viel. Ach so? Ich bin ein Ninja! Hä? Ich hab keine Äpfel? Witzig verarschen. Ey, weißt du hast keine Äpfel, da kann ich für welche geben. Da tue ich auch mal was für dich. Ist ja nicht so, als würde ich über die Thumbnails machen. Almas B? Nix. Ich hab gehört, du willst mir Thumbnail machen? Nein! Das hast du falsch gehört! Das seh ich aber anders. Ja, keine Ahnung. Also ich hab genau gehört, was du grad gesagt hast. Warte, ich such gerade nach Äpfeln für dich. Ah, du bist nett. Bist du mich verarschen? Ich hab auch keine Äpfel. Warte, ich guck mal an seinen Essenssack. Ja, das sind 33 Äpfel, die dürften reichen. Ja. Äh, darf ich mal was an dir ausprobieren? Kommt drauf an, ob du mich umbringst oder nicht. Nein, ich äh, Schmär hatte gesagt, das wäre relativ schwach. Ja. Ähm, ich hab ein Schwert in einem Dungeon gefunden, das heißt Moonlight. Das hat so einen epischen blauen Namen, deswegen würde ich das gerne austesten, was das macht. Ja, mach halt. Ja, du hast ne Rüstung, die geil genug ist. Werden wir dann sehen. Ja, ich will nur mal wissen, wie viel Schaden das macht. Ich glaub, Schmär hat keine Hartkanister mehr übrig, oder? Die ich ihm klauen könnte. Ne, schaut nicht so aus. Guck mal, das sieht vor allen Dingen voll episch aus. Aini! Ja. Kannst du mich töten, dann hast du einen. Ach, da unten ist der Braini. Alter, Schmär hat hier so übertrieben, ne? Ein bisschen. Guck mal, das sieht voll episch aus. Stimmt. Achtung! Ein Schaden. Halbes Herz. Wow. Das war auch eine Frau. Der Fehl gebracht. Ja, Mann. Ich mach mal mal vor mir, denn. Ja. Ich komm auch mal hier bei der... Ah, ja, hier, hi. Oh, das sieht voll episch aus. So. Ja, hey, ich hab's auch. Hast du torens auf deiner Rüstung? Ah, deswegen hab ich grad Schaden bekommen. Der Ball ist auf einer Rüstung. aus der Magnet der bei Magnet Scheiß ist könnte ich eigentlich noch okay weißt du auch Kreml muss ich sagen hier ist doch mehr dass das alles auf deiner Rüstung alles ich merke schon kriegst kriegst nicht mal einen Herzschaden was kraft also der Regen ja dann mach es nicht ich bin kein Cheater nein hä wie macht man denn die Diamantäpfel ein Apfel und vier Diamanten drum Ach, vier Diamanten. Ja, vier. Hä? Ultra easy. Oben, links, rechts, unten. Ah, okay. Hä? Geht's nicht, oder was? Ja, doch, doch. Ah, gut, okay. Dann... Den da, die da, das da, die hier. Hier. Obst, das war jetzt nicht extra. Brain, falls du mal andere Videos als immer Minecraft machen willst, dann können wir auch mal... Das habe ich jetzt mit einem Kumpel gespielt, das macht so fucking viel Spaß, vor allen Dingen, wenn beide so schlecht sind. Keine Ahnung, für Challenge-Time oder so, wenn du einfach eine Runde, ein Video willst, was 15 Minuten wirklich ist, da können wir ja mal Billiard spielen. Oh, ja. Warum habe ich eigentlich mit einem Schild Schaden gemacht? Warte, guck, ich schlag dich, du kriegst keinen Herzschaden, du hast immer noch volles Leben. Ja, ich habe auch gerade ein Schild gemacht, ne? Ach so. Ja, gut, selbst so kriegst du kaum Schaden. Warte, ich haue dich einmal. Ja, ich krieg auch keinen Schaden. Oder halt ein Herz vielleicht. Ja. So. Was hast du denn auf deinem Schwert alles drauf? Warte. Ich habe Schadness, Unbreaking, Knockback, Afterlife, Freiaspec, so ist jeder. Ja, Looting, Krokus, ähm, und dieses, warte, ich kann es gerade nicht lesen. Äh, war drei noch. Warb ich nicht. Na gut, da habe ich aber auch nicht mehr. Na gut, dann würde ich sagen, war es das aber von meiner Folge. Ich glaube, ich habe schon wieder übelst überzogen, aber es kommt davon dann einfach nicht auf die Zeit achtet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.